Ein geladener Lastkraftwagen wiegt 10 Tonnen. 10 Sekunden nach der Abfahrt erreicht er die Geschwindigkeit von 54 km pro Stunde. Erste Frage, wie groß ist seine Antriebskraft? Zweite Frage, wie weit ist er gefahren? Hier die Angaben. Die Masse M vom geladenen LKW beträgt 10 Tonnen, also 10.000 Kilogramm. Die Zeit T beträgt 10 Sekunden. Die Endgeschwindigkeit V beträgt 54 Kilometer pro Stunde. Das heißt 54.000 Meter pro 3600 Sekunden, also 15 Meter pro Sekunde. Gefragt werden einerseits die Stärke der Kraft F, die wir in Newton ausdrücken, und andererseits die Länge der zurückgelegten Strecke, diese Länge X, die wir in Meter, ausdrücken. Um F herauszufinden, nutzen wir selbstverständlich das Grundgesetz der Dynamik F gleich M mal A. M kennen wir, aber A nicht. Je nach diesen Angaben, können wir dieses Gesetz einer GGBB anwenden, denn die Anfangsgeschwindigkeit ist ja 0 und dadurch werden wir A finden können. Um X herauszufinden, nutzen wir diese vereinfachte Formel einer GGBB, denn die Initialdistanz ist 0 und die Initialgeschwindigkeit auch. Legen wir los mit V gleich A mal T. Daraus schließen wir, dass A V auf T ist, also A ist gleich zu 15 geteilt durch 10. Und somit finden wir als Beschleunigung 1,5 Meter pro Quadratsekunde. Jetzt machen wir weiter mit F gleich M mal A. Daraus schließen wir, dass F gleich M 10.000 mal A 1,5 sein muss. Also beträgt die Kraft F 15.000 Newton. Und das ist die Endantwort auf die erste gestellte Frage. Jetzt die zweite. Dazu nutzen wir diese Formel. X gleich A T Quadrat geteilt durch 2. A haben wir gerade herausgefunden, T wurde angegeben, also finden wir als Wert für X 75 Meter. Und das ist die Endantwort auf die zweite gestellte Frage.